Schließen Sie doch einfach mal die Augen und stellen Sie sich vor, Sie duschen. Sie fühlen sich plötzlich erholt, entspannt und ausgeglichen. Haben Sie die Augen wirklich geschlossen? Also, stellen Sie sich vor, Sie stehen unter einer Dusche, die Ihnen den Ärger und Stress des Alltags einfach wegschwemmt. Sie duschen und sind wieder aufgeladen, kräftig und harmonisiert. Und warum? Weil es uns die Natur so vormacht. Wasser bekommt in Verbindung mit Wirbeln, Kristallen und Edelmetallen seine ursprüngliche Ordnung zurück. Wie mit der Kristalldusche von Aquadea. Mit dieser erzeugen Sie Ihren Wasserfall zu Hause und verwandeln Ihre Dusche in Ihre eigene Wohlfühloase. Eigentlich sollten wir Ihnen jetzt die Augen geöffnet haben. Wollen Sie diese Dusche haben? Dann holen Sie sie jetzt. Auf aquadea.de